Eine Stadt voller Tunnel, Gulags, Bunker, Massenvernichtungswaffen. Hallo meine Freunde, was geht ab? Ja, es ist endlich soweit, die Season 4 ist gestartet und mit dieser gibt es natürlich einige Neuerungen in COD Warzone. Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr die neue Blaupause Einsame Lagune bekommt. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr den Blueprint freischaltet und worauf ihr besonders achten müsst. Das Ganze ist ein Blueprint für die Waffe AX50, die ich euch hier einmal präsentieren werde und später auch im Einsatz zeige. Leider nicht in dem Original Setup des Blueprints, sondern mit ein paar kleinen Änderungen, die das Snipen einfach angenehmer machen. Bevor es losgeht, wollte ich euch nur nochmal daran erinnern, lasst mir gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Im allerersten Schritt müsst ihr den Auftrag bekommen. Dieser lässt sich in Beutegeld, aber auch im normalen Battle Royale Modus freischalten. Um diesen Auftrag zu erhalten, müsst ihr einfach nur eine beliebige Quest vorher abschließen. Als Belohnung droppt ein blauer Koffer, der beim Einsammeln die Quest aktiviert. Eine andere Möglichkeit ist es, den Koffer zu erhalten, wenn ihr jemanden tötet, der ihn gerade bei sich getragen hat und die Mission ausgeführt hat. Habt ihr den Koffer eingesammelt, habt ihr insgesamt 4 Minuten Zeit, ihn auf den markierten Punkt der Karte zu bringen. Am besten schnappt ihr euch ein Auto und macht euch direkt auf den Weg. Übrigens soll es den Koffer eigentlich sehr selten geben, aber um ehrlich zu sein, habe ich ihn schon öfter droppen sehen und ist somit gut zu erspielen. Seid ihr an der markierten Stelle angekommen, müsst ihr den Heli rufen. Das Ganze funktioniert so ähnlich wie in Beutegeld, wenn man das Geld an diesen Geldspeicherstationen sichern will. Man schmeißt so eine Rauchgranate und im Anschluss kommt der Helikopter angeflogen. Es wird an der Tasche hinuntergelassen, an der dann der Koffer befestigt werden muss. Ist der Koffer abgeliefert, erhaltet ihr dafür 5000 Dollar als Belohnung und noch zusätzlich die Blaupause. So sieht die Blaupause im Original Setup aus. Ein ziemlich schicker Blueprint für eure AX50, der eigentlich mit super wenig Aufwand freigeschaltet werden kann. Aufpassen müsst ihr nur, wenn ihr den Heli ruft, das ist ziemlich auffällig und kann schnell mal Gegner anlocken. Ansonsten lohnt es sich eigentlich immer diesen Auftrag zu erfüllen, denn der Koffer droppt auch weiterhin, wenn ihr die Blaupause schon freigeschaltet habt. Wie angekündigt gibt es jetzt hier noch ein paar Kills. Ich zeige euch mal mit welchem Setup ich gespielt habe und ab geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.